Hallo meine Freunde der Sonne, heute reagieren wir auf Beatbox Compilation. Ich weiß, ich bin da Profi drin. Ich zeige euch aber heute auch andere Profis. Man nennt mich in meinem Kreis, in meinem Profikreis nennt man mich, der ist so verrückt, der hat doch nicht mal alle Latten am Zaun oder der Klapsmühli. Das sind meine Spitznamen, weil ich Beatbox Profi bin und ja, wir gucken uns jetzt andere Profis an. Ich denke mal, es sind Profis und ich bin mal gespannt, wie er flitzebogen. Aber, das kann ich auch. Ich habe zwar komplett jetzt meine Kamera voll gespuckt, aber ich kann. Okay, das ist cool. Das ist lauter schlecht. Meine Engels gleiche Stimme mal ganz kurz. Öl. Ich komme in die Höhe, das war's. Mehr schaffe ich nicht. Das ist mega cool. Ich bin mal ganz kurz. Aber das ist mega cool. Ich bin schon bei uns schon bei uns. Es ist ein mein Anfänger. Es ist ein mein Anfänger. Es ist ein junge Day. Es ist ein neue Leben. Boah, aber krass. So geht es übrigens in meinem Kopf immer vor, aber es hört ja leider nicht, sonst könnte ich ja... Das ist ja cool, wenn man die Gedanken so hören würde, da könnte ich ja gedanklich dann immer beatboxen. Geil! Das ist ja cool! Ich weiß gar nicht, ob jeder Beatboxer gleichzeitig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich auch extrem gut singen kann, aber die können auch extrem gut singen. Die haben eine extrem geile Stimme, Mann! Und ich habe gar nichts. Ich kann doch nicht mal richtig atmen. So, mein Talent ist ähm... Ich bin da! Das ist mein Talent, ich bin da! Geil! Das Lied habe ich damals zum ersten Mal bei 5 Elemente gehört. Fand ich übelst cool. Da habe ich mir erst mal das Originallied reingezogen. Ähm... Der Interpret... Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ich glaube, der kommt irgendwo aus Moskau oder sowas. Ich weiß gar nicht, Russland irgendwo. Ähm... Der ist ein bisschen spacey, ne? Er ist ein bisschen... Man könnte bei denen so meinen, ja. Bei denen sind immer so alle Lampen an. Oben rum, so. Ne? Könnte man... Aber ich muss echt sagen, also meine absolute Lieblingspassage... Selma... Ne. It's a new day, it's a new life. Find ich irgendwie am geilsten. Gefällt mir irgendwie am meisten, ne? Also muss ich mir nochmal... Da. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. And I'm feeling... Das finde ich so geil. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, genießt das Wetter. Geht ein bisschen raus. Ne, geht ja gerade nicht. Genießt einfach die Sonne. Wenn nie, guckt euch einfach ein Bild von der Sonne an. Ist auch schön. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss. Bis dann, auf jeden Fall! Vielen Dank.